Resistanz empört euch. So, heute Thema Atomkraft. So, jetzt haben wir da in Japan ein kleines Problemchen, ja, so kurz vor die Super-GAU. Ja, Super-GAU heißt total Verstrahlung, ja, wie bei einer Atombombe. Ja, wunderbar. Jetzt kommt, jetzt kürzlich kommen da eure Scheiß-Politiker in Deutschland daher, ja, Frau Merkel und so. So, vorher erst noch Verlängerung von der Laufzeit von den Scheißgeräten, ja, und jetzt auf einmal, uuuh, die Natur gibt uns unsere Grenzen vor. Hör mal, was ist denn das für eine Scheiß-Verarschung? Die Natur hat uns schon 1986 die Grenzen aufgezeigt in Tschernobyl, ja, habt ihr wohl vergessen, allesamt. Und jetzt auf einmal, uuuh, wir wussten nichts davon. Atomkraftwerke sind gefährlich. Wie konnte das passieren? Oh, Wunder. Ja, ist ja nicht so, dass die Amis ganz viele kaputt gemacht haben, da hinten nur hoher und so. Ja, Nawazaki übrigens auch noch mal. Ich sag nichts. Ich sag nichts dazu. Meine lieben deutschen Freunde, entbehrt euch. Und nicht nur auf die Straße mit Atomkraft, ja. Ihr müsst euren Politikern mal zeigen, hallo, es agt, es agt. Ihr müsst in die Psychoklinik. Wer so lügt, gehört nicht da oben hin. Arschlöcher, entbehrt euch.